Das Mezudi-Hoodie von Kapos ist für Kapos typisch auch wieder sehr schlank geschnitten, wirklich körpernah, das ist Größe L. Auffällig am Mezudi-Hoodie ist, es hat 9% Baumwolle. Baumwolle in der Funktionsjacke. Sinn ist, die Baumwolle ist außen, überträgt die Feuchtigkeit, schafft die Feuchtigkeit auf eine große Fläche, die anfällt und damit soll die Feuchtigkeit schnell verdunsten und das Ding, auch wenn ich anstrengend unterwegs bin und viel schwitze, relativ angenehm zum Tragen machen. Funktioniert, wir haben es ausprobiert, klappt wirklich gut. Ansonsten kostet 140 Euro, wiegt 545 Gramm, ist damit ziemlich deutlich das schwerste Testteil bei uns, trägt sich super angenehm, hat auch zwei Außentaschen, ganz klassisch positioniert, eine Brusttasche und ist innen mit einem klassischen Vlies, also kein Waffel oder strukturierter Vlies, sondern sehr angenehmer Vlies, versehen. Und wie gesagt, auffällig hier, der schön schlanke Schnitt, dadurch kann ich das Ding fantastisch unter einer anderen Jacke tragen. Zitatzen Vielen Dank.